So, und wir sind auch direkt wieder da hier, mit Let's Play Tomb Raider Underworld Part 3 im Maul des Kraken. Ey, das könnte ich echt als Titel nehmen. Was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts, oder? Was ist das? Nö, das ist... Wahrscheinlich muss ich hier weiter... Kann ich da weiter? Nein. Das kann ja nicht nutzlos sein. Boah, das klingt auch schon wieder so lecker. Ähm, ah, hier in die Stange und, ähm, nach hinten und, oh Gott, ich hasse das. Ich bin immer so froh, dass das im echten Leben niemand machen muss. Ähm, jetzt lasse ich mich mal ein bisschen absinken. Die andere Richtung... Ah, das sollte passen. Und ran. Äh, das ist eklig. Wenn die Zeit langsam wird, handeln sie schnell, um zu überleben. Ich seh mich einfach mal nicht, aber... Ach, komm schon. Ich hab mich gar nicht gesehen. Was, was hätte ich denn tun sollen hier? Okay, sheet. Das war schon mal ein schlechter Anlauf. Oh, und wir sind wieder hier. Also, wieder alle hüp... Ah ja, das ist ja furchtbar. Hier rum. Die Zweizegorde. Begrüßt ja neues Mitglied. Lehrer-Kroft. Beim Schutz des Popstes. Das war total retardet und einfach nicht reingepasst. Also, wir wissen, wir müssen da etwas schneller handeln, als die gute Ogust tut. Also, würde ich mal sagen, machen wir das gleich nochmal. Ja, im Sprung fliegt sie noch seitlich. Äh, das war echt knapp. Also, wenn die Zeit langsamer wird, handeln sie schnell, um zu überleben. Das heißt, diesmal kraxeln wir einfach ganz bis hier. Jetzt erst hoch und laufen. Wow! So, das sollte jetzt... Das sollte genügen. Das... Ach. Hab ich überlebt? Ach, der geht's gut. Der geht's gut. Nochmal die ganze Sache hier. Ich verstehe aber ernsthaft nicht, wo ich denn hin soll. Das geht jetzt hier auch schon ein bisschen schneller. Und hopp, und hopp, und hopp. Und hopp. Und hopp. Ging jetzt nicht auch jemand? Nein. Und hopp. Mit E ging's, glaube ich. Ja, mit E geht's schneller. Das heißt... Jo, der Stein hält uns natürlich auch hier. Ähm... Das muss der Dame jetzt auch mal jemand nachmachen. Okay, keine Panik. Keine Panik. Das muss so sein. Wir sind gefickt. Aber hart. Ach, du Scheiße. Ah, das ist ein Arm. Hier, muss es doch rausgehen. Komm ich da raus? Oh Gott, hier sind alles voll mit Armen. Oh Gott, das ist eine Treppe. Gott sei Dank. Alter Schwede. Oh Gott, das hat mir letztens einen Kumpel erzählt. Was an? Nein! Okay, erst wieder reden, wenn ich draußen bin. Erst wieder reden, wenn ich draußen bin. Ich geh die total Tintenfisch-Paranoia. Ich fange nicht gleich an zu weinen. Ich... Nein, ernsthaft. Okay. Okay, ganz vorsichtig. Hier, hüpfen. Oh Gott. Das klingt aus, als hätte er schon lange nichts mehr gegessen. Wo kommen wir da hin? Ah ja. Machen wir das kaputt? Das kaputt? Das kaputt? Okay, das nehmen wir auf. Aber das machen wir kaputt. Ich will mehr kaputt machen. Ähm, hier lang. Also, das ist ja sehr offensichtlich. Wir müssen einfach immer nur die hübschen Sachen kaputt machen. In den hässlichen ist nämlich nichts drin. Wo kommen wir hier hin? Ähm... Hier ist ein Magnet. Oh! Au! Da hat's ja doch was Nützliches gehabt, dass ich... Hier... Panische Angst vor Tintenfischen entwickle. Okay, hier an die Stange. Jawohl. Und... Zack. Natürlich hier rum. Und... Kann ich da hinspringen? Ah, da kommt sie einfach so rüber. Auch praktisch. Und hoch. Was ist das hier? Ah, das Zahnrad wäre nicht gelaufen, wenn der Tintenfischarm da noch gewesen wäre. Ah, und jetzt geht natürlich die Bremse raus. Natürlich, die Inkas haben natürlich damit gerechnet, oder die Kelten... Ja, die Kelten waren es. Die Kelten haben natürlich damit gerechnet, dass ein riesiger Tintenfisch sich in ihren... ...heiligen Städten einnisten würde. Und gerade für diesen Fall haben sie... ...natürlich... ...wo ist denn das hier? ...natürlich... ...gerade für unsere Lara... ...eine Vorrichtung eingebaut, mit der man den Tintenfisch töten kann. Und das... Oh, der Tintenfischarm ist so hart, dass er uns tötet. Ah, das liegt wahrscheinlich an den ganzen Knollen, die so ein Tintenfisch hat. Äh, gut, da gehe ich nicht nochmal lang. Dann gehe ich jetzt einfach mal zurück. Ladida! Hä, da nicht lang? Hier. Und da runter. Und das ist trotzdem Leben. Ist ja schön. Wackel, 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 wackel. Äh, ich meine natürlich Lauf, Lauf. Schlampe. Ähm. Hier lang? Was ist denn da? Hier sind wir die Plattform. Wo war denn das? Wo war das mit den... Okay, hier kommt man nur auf eine Seite hin. Wo war das? Wo sind wir draußen? Wo sind wir hier? Wir sind hier falsch, oder? Oh Gott, nein, ich will ja nicht... Ah! Ey, das Vieh macht mich... Ja, hier will ja nur die hübschen Sachen kaputt machen. War ja klar. Ich will den Hässlichen, das Nichts drin. Daneben. Daneben. Bam. Bam. Und im Neoprenanzug volle Punktzahl beim Tassenzertreten. Wenn man daraus eine Disziplin machen würde, wäre ich sowieso zu Hause der absolute Champion, so viele Gläser, wie ich kaputt mache. Das ist ja unbeatable, will ich hier schon fast behaupten. Jetzt gucken wir gerade mal hier rum. Was ist hier? Das ist... Ah, hier. Okay, ich wäre da fast rüber gesprungen. Also, in dem Fall dann runter gesprungen. Ah, ah, ah. Und, ach, jetzt sind wir wieder da. Das ist ja sehr beruhigend. Also, hier rum. Und. Hopp. Und alle. Ähm, hopp. Machen wir ja im Kindergarten. Leichtathlete, kennt man ja hier. Ah, wahrscheinlich war das eine doofe Idee von mir, das vorhin zu machen. Oder auch... Ach, ich bin da einfach auf eine andere Art rübergekommen. Jetzt muss ich das hier auf der Seite gar nicht mehr machen. Also, ich kann jetzt zurück. Das ist sehr beruhigend. Ich hoffe, die Frau hat genug Kraft in den Arm und die nennt sich schon wieder Frau. Alter, was frisst du eigentlich, den Fisch? Was geht mit dir? Was stimmt wirklich? Ich kriege voll die Panikattacken, Mann. Und das alles ohne Luft zu holen. Und alle. Jetzt versuche ich mal das hier. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Nein. Ah, komm schon. Und Ladebildschirm. Er ist so wunderschön. Wieder hier. Okay, diesmal weiß ich wenigstens, dass ich nicht da lang muss. Und ich weiß schon mal, dass das mir hier Leben zieht. Egal, von wie weit ich falle. Aber das ist mir so viel Leben zieht, hätte ich nicht gedacht. Aber okay. Wie war das Medikit auf V? Ah, verschwenden wir ein paar Medikits. Normalerweise bin ich in den Spielen ja sehr sparsam. Aber das würde ich jetzt schon fast als Ausnahme bezeichnen. Diesmal erschreckst du mich nicht. Ich habe damit gerechnet, du scheiß Fisch. Okay, der Schatz ist weg. Denken wir es nicht nochmal holen. Ego-Perspektive. For the rule. Äh, for the win. Fuck. Hier nach oben. Und dann nach rechts war es, ne? Weil links waren wir ja schon. Hier lang nicht. Hier lang. Das war jetzt genau das, wo ich gesagt habe. Hier lang nicht, oder? Das ist wieder peinlich. Das, äh, hier geht's nicht lang. Ah! Ah! Hackt's dir! Ich habe dich fair und ehrlich beschossen. Au! Komm! Spring! Mari! Ja. Ähm... Da lang. Da leuchtet's schon mal. Das könnte wieder so eine Kerbe wie ein Torchlight sein. Hier rum. Und das gleiche Rätsel wie drüben. Ja. Nur ohne den Tittenfischarm. Wieder hoch. Wieder zur Seite. Lopp. Lopp. Äh, was war das jetzt? Leckt hier leicht. Springen sie auf Säulen, um auf diesen zu kauern? Äh. Äh. Nee. Nee, da habe ich keine Lust. Okay. Äh. Also die Kondition von ihr will ich haben. Hier den Hebel ziehen. Äh. Okay. Da passiert jetzt nichts. Aber. Wie ist das mit dem Magnethaken? Es ist gar nicht geblieben, dass ich schon wieder spielen kann. Zieh. Ah! Das muss man hier natürlich rausziehen. Hier, wie lasse ich das jetzt hier los? Äh. Äh. Auch nicht. Springen. Nach hinten laufen. E drücken. Q drücken. Nochmal Q drücken. Springen drücken. Äh. Leertaste. Linke Maustaste. Rechtsne Maustaste. Verzweiflungsschalter. Hey! Der Verzweiflungsschalter hat geholfen. Und nun natürlich. Oh. Ah. Ich hoffe mal sehr, der Arm wurde abgequetscht. Das würde mich sehr freuen. Und die Frau macht sich dreckig. Oder in dem Fall sauber. Und wir sind zum Teil. Hier. Das sieht vielversprechend aus. Dich selber, Mann. Was hast du über meine Mutter gesagt? Was? Also soll ich da runterkommen und dich Kabonisten, Mann? Soll ich dich Kabonisten? Ich mach dich so platt und findest deine Eier. Hat hinten für überhaupt Eier? Äh, wenn ja, dann findest du deine Eier. Eier nicht wieder. Ich schwör's dir, Alter. Ich schwör's. Und? Zielen. Zielen. Natürlich. Wer bestückt seine riesige fliegende Untertasse nicht unten mit Hörnern? Mach ich auch jeden Dienstag. Mir fällt auf, ich mach sehr viele sehr seltsame Dinge. Jeden Dienstag. Drücken Sie Y, um genau zu zielen. Ah. Ähm. Ja. Toll. Achso, ne, Moment. Da ist das, ja? Dann können wir da hier natürlich einfach Y. Oh, das war bedeutend einfacher als ich dachte. Tja, und dann. Ähm. Scharfschützenmodus. Hier natürlich das beliebte In-Body-Piercing, auch genannt Schrapnel. Und wir seien uns ab. Äh, wie seien man sich ab? Steuerung. Oh, kacke. Steuerung ist nicht zum Abseilen. Jetzt weiß ich das auch. Und, äh. Komm ich denn da anders runter? Kann man sie überhaupt abseilen? Ja, versuch ich's einfach mal. Oder nochmal, besser gesagt, hier. Oder komm ich vielleicht... E soll ich drücken? Was mach ich denn mit E? Ah, mit E kann ich mich abseilen, wenn ich nach unten drücke. Ah, okay. Okay. Hier der Schalter, der sieht familienfreundlich aus, von Hasbro und ähnlichem. Und die Tür geht auf. Familienspiele öffnen die Welt. So. Und natürlich mit einem schönen Salto drüber. Und wir sind dann auch schon wieder am Ende von unserem Let's Play angelangt. Tja, diese bodenlose Schlucht ist ein eindeutiges Zeichen. Tschüss, das war Vollgold und Augmented Let's Play. Tomb Raider, Underworld und... Jo, wir sehen uns beim nächsten Mal.